Vielleicht ist die Kamera ein Kaufgrund, Basti. Du bist heute auf Camo, hier so App, die quasi von der Continuity-Camera gesherlockt worden ist. Die haben sich jetzt ein bisschen umsortiert. Ich muss aber auch sagen, du hast heute ganz schön ein Farbfashing. Ja gut, das liegt zum einen natürlich daran, dass man da Lutz reinladen kann. Also nicht den Lutz und Lookup-Tables reinklemmen kann. Und ich mir halt irgendwie eine wilde Lookup-Table reingeklebt habe. Ob das jetzt gut ist oder nicht, sei dahingestellt. Also nicht. Also insgesamt Farbe ist hier eh spannend, also echt spannend. Aber man kann halt plötzlich Dinge machen. Und ich finde, das ist zum netten Tool geworden. Hier ist ja die Basti. Du hast ja schon einen Banner eingeblendet. Finde ich ja sehr, sehr gut. Die konnten ja vorher schon ein paar Sachen, die wirklich nett waren, die man so haben wollte, aber halt nur mit deinem Smartphone als Kamera. Und das war was, also gerade so was, irgendwie ein Firmenlogo einblenden über einem Video. Du hast es jeden, also ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber man hat es so jeden Tag, dass du mit irgendwelchen Menschen so Calls machst und dann haben die halt ihr Firmenlogo im Hintergrund. Habe ich nicht, habe ich nicht. Sei einfach froh. Weil das ist einfach, das sieht halt aus wie Schwein. Aber wenn du halt dann in der Lage bist zu sagen, ich klebe einfach irgendwo sinnvoller mein Logo dazu, um halt mein, wenn die Anforderung ist, vielleicht will man irgendwie geschlossen mit Firmenlogo auftreten, dann kann man das natürlich machen. Das kann man sich natürlich auch sparen. Ich spare mir das meistens. Aber du kannst es halt auch irgendwie in einfach, in Anführungszeichen, schön machen. Hast du solche Snapchat-Filter dafür? Weiß nicht, hat man da schon Snapchat? Ja, ja, diese AR-Funktion. Du kannst diese Hände, kannst du so winken und dann wird eine große Emoji-Hand raus und so weiter. Weil die, das ist keine große Überraschung, aber ich bin heute auch auf K-Mo unterwegs und kann mich schwarz-weiß stellen beispielsweise. Die einzige Funktion, die ich jetzt heute mal umgesetzt habe, ist das rein, ich habe ein bisschen mehr ins Bild reingezoomt, weil man könnte hier noch mehr sehen. Das ist ein festes, feste Brennweite-Objektiv und da gibt es die Möglichkeit nicht, aber ich kann das digital ein bisschen zoomen. Und es ist ein schönes Tool. Also ich finde es gut, dass die sich trotz Apples Anstrengungen in dem Bereich halten. Das ist natürlich ein sehr spezielles Tool. Also man muss da ernsthaft mal dazu sagen, das ist halt für Leute, die viel Wert darauf legen, gut in einem Video-Chat auszusehen. Und das ist natürlich echt eine kleine Zielgruppe. Also ich meine, Video-Chats machen viele Leute, aber was ich aus Video-Chats, professionellen Video-Chats mitgenommen habe, ist, Leute ist relativ egal, wie deren Kamera so ist. Leute machen einfach diesen Unschärfe-Filter einfach knallhart an. Ja, aber das ist ja auch so, da kannst du ja auch, wie mit einer professionell formulierten E-Mail, kannst du da auch viel besser wirken, wenn du einfach gut aussiehst. Ja, aber ich stimme dir ja voll zu. Ich weiß nicht, der Alltag, den kann Basti da besser beschreiben, aber mein Empfinden ist irgendwie, Leute ignorieren das. Naja, gut, aber das kommt ja auch nicht von ungefähr. Also da guckst du ja irgendwie Dell an, die der Meinung waren, das ist eine saugute Idee, eine Webcam in Scharnier vom Notebook unterhalb des Displays einzubauen. Und was du halt quasi hast, ist eine Kamera, die ständig ins Nasenloch reinfällt. Da ist dann die auch einfach irgendwann alles egal. Und dadurch, dass wir halt alle irgendwie daheim sitzen und nicht jeder, wenn ich jetzt hier nicht in einem leeren Apartment, das noch nicht wieder vermietet ist, sitzen würde, sondern das meine Bude wäre und ich da vielleicht alleine wohnen würde, dann würde wahrscheinlich hier auf jeder Treppstufe eine Socke liegen und wer weiß, war es noch alles. Und dann will ich das halt vielleicht nicht zeigen. Und dann mache ich halt hier den Quatschfilter an, weil man halt nicht sieht, dass ich irgendwie nicht in der Lage bin, meine Bude aufzuräumen. Ja, also ich muss unterstreichen einfach, dass es ein schönes Tool ist. Und wir haben da, ich meine, ich musste sehr schmunzeln, aber ich habe ja in dieser Woche auch drüber geschrieben, oder was letzte Woche, keine Ahnung, jedenfalls, ich habe sehr an Leos Worte denken müssen, der Webcam-Settings einfach immer noch einfach, das steht ja in aller Ehren, oder? Webcam-Settings hätte doch unser Tool gewesen, wo einfach so Logitech-Webcams einfach so die Ordnung eingetrieben hat. Die haben einfach über viele Jahre fantastische Sachen richtig gemacht und Camo tritt mehr oder weniger in diese Fußstapfen. Also wenn du aus irgendeiner Kamera an deinem Mac mehr rausholen willst, wenn du irgendeinen speziellen Lichtbedarf hast, zum Beispiel die haben auch diese Spotlight-Funktion, ich meine, wenn ich mal überzeichne, ja, dann kann man sehen, dass ich, das ist so ein Heiligenschein um mich erstrahlt. Wo ist denn jetzt diese Emoji-Hand, bitte, wenn du winkst? Ja, ich habe leider so eine Kamera, die kein, die macht so Tiefe, versteht die als natürlich, ja? So eine Kamera, so eine Oldschool-Kamera. Wenn ich da jetzt so eine moderne Kamera wie so ein iPhone hängen hätte, dann könnte ich diese AR-Funktion sehr leicht aktivieren. Ich kann allerdings hier das mit der Kamera nicht machen. Das ist lustig, weil diesen Emoji-Hand-Quatsch macht ja zum Beispiel auch und die machen das aber einfach auf jedem Video. Aber es ist halt wirklich auch Haarsträuben. Da machst du dann irgendwie so und dann macht er manchmal halt das hier draus oder irgendwie Victory-Zeichen oder du hast so gemacht. Ich kann so lange Mittelfinger draus mit jedes Reden und dann so, ja, ja. Oftmals wäre das sicherlich sinnvoll, aber ja. Ich bin heute krank und dann so, yeah. Und was haben wir denn YouTube-Thumbnail? sehr gut sehr guter YouTube letztes Mal war Carplay für Arme und du hältst die Arme so hoch ich dachte mir, wenn ich jetzt Bock hätte, dann würde ich jetzt Carplay Screens auf deine Arme draufkleben aber war ich zu faul dafür sehr enttäuschend aber also hier bei Carmo wieder eine Sache, die ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, weil sie bisher in meinem Use Case einfach nicht relevant war, aber jetzt halt relevant wäre, Demo, ich schicke dir gerade 1080p das fährt aber durch Carmo durch und ich habe keine Pro-Version das heißt, ich schicke dir halt ein 27p, was abgescaled wird auf 1080p also damit du Bescheid weißt wie das hier alles ist und Alex hat auch digital reingezoomt, wahrscheinlich auch unscharf ne, 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 also ich glaube bei 122% das kannst du nicht sehen, aber ähm, äh, äh, ich habe Pro-Version, müsste 1080p irgendwo rausfallen, was du halt noch eventuell kannst du Frame-Rater und so weiter noch einstellen, je nach Kamera und so weiter also es gibt schon durchaus Anwendungsfälle, ähm, äh, wo das wo das ganz gut sein kann, dass es für einen taugt und man kann sich's halt wie gesagt kostenlos anschauen und, und, ähm ja, es ist einfach ein Blick wert, weil es macht halt jetzt alle Webcams äh, so ein bisschen, bisschen cleverer und für viele Sachen ist ja auch die nicht Pro-Version völlig ausreichend also gerade wenn's einfach drum geht weil offensichtlich, der stellt ja auch die ähm, sowas wie Manuel in Fokus Mhm, kannst du auch mal also er steuert ja tatsächlich jetzt die Kamera und es ist nicht so als, äh, wäre das nochmal ein Filter, der da drauf gelegt wird, genauso wie glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, die die, ähm, naja da, äh, da gibt ein paar Sachen, die er von der Kamera direkt steuern kann und ein paar Sachen nicht, aber das ist schon einfach das ist gut, das ist einfach ein, ein, äh, ein so ein kleines Werkzeug für das Videocall-Arsenal Gut Ähm, ich link alles in den Journals von der 836 345 345 325 445